Sigmund Freud wurde 1856 als Sohn eines jüdischen Wollhändlers im mehrischen Freiberg geboren. Als ältestes von acht Kindern galt er als der Liebling seiner Mutter. 1859 zog die Familie nach Wien. Dort öffnete Freud 1886 seine Praxis und heiratete im selben Jahr Martha Bernays, die ihm sechs Kinder gebar. Seine jüngste Tochter Anna wurde ebenfalls Psychoanalytikerin, Die heutige Psychoanalyse verdankt Freud viel, ließ jedoch die Einseitigkeiten und Überspitzungen seiner Theorie hinter sich. In Deutschland war die Psychologie bis zur Zeit nach dem Ersten Weltkrieg hauptsächlich ein Forschungszweig der Philosophie. Als Arzt entwickelte Freud die Psychoanalyse, welche die Mensch- und Weltanschauung des 20. Jahrhunderts bis in unsere Alltagssprache hinein durchdrang und veränderte. Freud untersuchte Patienten, für deren Krankheiten und Symptome die Ärzte keine körperliche Ursache fanden. Dabei entdeckte Freud die Bedeutung des Unbewussten in der Seele. Freud entwickelte das Modell einer Gesamtperson, die ein Miteinander und Gegeneinander dreier Instanzen darstellt. Das bewusst organisierte Ich vermittelt zwischen Es als Inbegriff der Triebhaftigkeit und dem Über-Ich, welches die Moral und das Gewissen verkörpert. In unserem Modell verdeutlichen die metallischen Figuren oben die Außenwelt. Vorsichtig um die Vertikalachse gedreht, zeigt das Über-Ich das Spiegelbild der elterlich und gesellschaftlich vermittelten Normen. Rot veranschaulicht das zunächst ganz unbewusste Es, Gold das Ich-Ideal- bzw. Über-Ich und Glas das bewusste Ich, das sich auf dem Es erhebt. Freuds Psychoanalyse zielte auf eine Stärkung des Ich. Erinnerungen und Vorstellungen, die mit eigenen Trieben zusammenhängen, verdrängt der menschliche Geist ins Unbewusste, weil sie dem eigenen Ich gefährlich werden können. Den Motor des Seelenlebens bildet Freud der Sexualtrieb. Dieser bezeichnet als Libido ganz allgemein die Selbstliebe und Elternliebe, die Kinderliebe sowie die Liebe zu höheren Ideen. Ihm gegenüber steht der Todestrieb. Durch Druck auf das dunkelgraue Druckelement unten, das den Körper symbolisiert, erfahren wir die Triebe des Es als Bewegung. Kann der Mensch die Triebe nicht ausagieren, werden diese im besten Fall durch Sublimierung ausgeglichen, zum Beispiel im Sport oder bei der Arbeit ausgelebt. Ist keine Sublimierung der Triebe möglich, verdrängt der Mensch sie. Steigt die Spannung dabei zu stark, sucht sie sich Auswege in eine Krankheit. Ebenso besitzt der Todestrieb einen Anteil an der Verschiebung der Energie. Gemäß Freud bilden oft verdrängte Konflikte der frühesten Kindheit, besonders im Zusammenhang mit den eigenen Eltern, die Ursachen für psychische Krankheiten. Um in das Unbewusste einzudringen, nutzt die Psychoanalyse unter anderem die Methoden der Traumdeutung, der Hypnose, des freien Assoziierens. Dieser Bewusstmachung des Es entspricht das Öffnen der roten Schale. Sichtbar wird nun, was der Zensur, die durch eine Farbfilterfolie versinnbildlicht wird, zum Opfer fiel, im Traum nur symbolisch dargestellt wurde. Die Äpfel stellen die nähernde Mutterbrust der oralen Phase dar. Geld und Besitz deuten auf die Exkremente der analen Phase hin. Der Zeppelin und die Blüte stehen für das männliche und das weibliche Genital. Freud beschrieb die Psychoanalyse als die dritte große historische Kränkung der menschlichen Eigenliebe nach der Verbannung der Erde aus dem Mittelpunkt des Universums und Darwins Aufweis der Abstammung des Menschen aus dem Tierreich. Die Entdeckung des Unbewussten schränkte schließlich die Selbstbestimmung des Menschen ein. und das thematisch aus dem Tierreich auch deshalb schliefernd. und tenden die Süßigkeiten und die Menschen